Hab grad gedacht da steht ne Kuh, aber es war nur ein Busch Mal gucken was in der Mission jetzt schon alles noch da ist Ja Aber wenn hier die ganzen Leute gerade rein weil sie sterben kann es ja schon sein dass da noch irgendwelche NPCs sind Ja klar kann sein dass da noch welche sind Kann auch sein dass da noch andere Spiele sind Auch wenn die Mission aber normal glaub ich wenn die Mission weg geht Also wenn diese blaue Ding weg geht müsste eigentlich gemacht worden sein Das heißt alle NPCs tot Weil so lange ist sie noch nicht Ich weiß dass sie irgendwann auf einem anderen Server auch zumindest so Wenn die zu lang waren dann sind die einfach disapiert und dann sind die teilweise sogar noch die NPCs rumgelaufen Das heißt du bist manchmal einfach irgendwo lang gelaufen und bist NPCs in die Arme gelaufen Aber wo die Gebäude sind Oh komm da hinten laufen Leute Oh da läuft einer Haben ein grünes Gebäude vorbei Ja ja Sogar Das ist ein Zombie ist in dem hinterher Ja Soll man, soll man nicht Ja aber sei vorsichtig erstmal hier weiter höher noch Jetzt Steinmauern die kann man gut nutzen Hat er geschossen? Ja Vom Haus ja Da kommt noch mal irgendwas Zombies müssen die Der ist unten nicht sehen Zwischen den Häuser ist der Zwischen den Häusern Zwischen den grünen Häusern Ja Der Zombie geht jetzt hin Der piekt immer kurz vor und schießt Der ist da aber noch der Zombie-Rend hin Er kann rechts und links vorbei, der ist wahrscheinlich immer noch dahinter Ich geh ein paar Meter weiter, dass er nicht mehr weiß, wo ich bin Schießt auf mich Schießt du? Nee, nee, der schießt Okay, der schießt auf mich, cool Er bleibt immer hinterm Baum schön Hat er rechts vorgepeakt, hast du gesehen? Weiß es nicht Ich bin getroffen Kannst jetzt rumlaufen, ich bin wirklich getroffen Weiß nicht von wo Andere Waffe, andere Waffe Weiter hinten auf dem Baum, glaub ich Ja, hab ihn Reingebrochen Down Freddy war das Wer war das? Freddy Er ist tot Ja Aber da ist noch einer, der war rechts über dir auf dem Hügel Mit einem Grün, der müsste immer noch aktuell sein Ja, ich hab ihn, direkt vor mir Rot Schön, nice Ich baue nämlich jetzt auch echt dringend eine Bandage Ich riskier das jetzt einfach mal geht zu dem hin Ich glaub das auch hinten im Gebäude Huah Nice, ja Sag mal ob der Bandage mit Nice, fett Hat sich schon gelohnt Der andere Guy da oben war hinterm Baum, Mann Ich hab ich gehört, dass eine andere war mit einer anderen Waffe Der hatte echt einen guten Winkel, wundert dass er mich nicht getötet hat Einmal Verbandszeug, hier ist eins drin Ja, ich schnapp mir das einmal Ja, nice Ja, schön gemacht RPD drum, was ist das? Okay, gleich mal essen was Ich schnau mir direkt in seinen Rucksack Der andere Und Der hat zwei Waffen im Rucksack Kommt seine auch noch rein Und der ganze Shit, was rum und was ist Der andere war da oben, ich versteck den auch gleich Leiche Wo ist denn der andere Typ, den du erschossen hast? Ja, ich zeig sie gleich Hier hoch Ich hab ihn gar nicht mehr gesehen Ja, das hab ich Das ist echt, keine Ahnung Hochheit weg Ich hab auch nur gehört, dass auf einmal eine andere Waffe auf mich geschossen hat Und dann hab ich irgendwie So mein sechster Sinn hat gern gesagt Da Ah, da liegt er ja Ja, danke Wie ist denn da? Auf einmal an? Wie ist denn da? Der Götet in die Zeit